Er sollte sein Auge für Dinge nutzen, die für ihn nützlich sind, wie zum Beispiel das Betrachten der Geschöpfe, das Nachsehen darüber, das Lesen von nützlichem Wissen, sei es auch nur weltlich. Auch weltliches Wissen gehört zu den individuellen Pflichten, die die kollektiven Pflichten, die die Muslime erfüllen müssen, kollektive Pflichten, die nicht für jeden Einzelnen notwendig sind, aber die in der Gemeinschaft diese Dinge existieren, wie zum Beispiel Medizin oder gewisse Naturwissenschaften und derartiges. Manche der Ossodion erwähnen sogar, dass die kollektiven Pflichten, das ist nämlich eine Frage, ist jemand, der eine individuelle Pflicht erfüllt, hervorragender oder jemand, der eine kollektive Pflicht erfüllt? Das ist ein Thema, das die Ossodion beschäftigt hat. Sie sind auf verschiedenen Auffassungen, aber einige von ihnen sind der Auffassung, dass jemand, der eine kollektive Pflicht erfüllt, hervorragender ist, als jemand, der lediglich eine individuelle Pflicht erfüllt. Denn die individuellen Pflichten, das muss sowieso jeder machen. Und in diesen individuellen Pflichten lastet jede Seele für sich selbst. Aber bei den kollektiven Pflichten werden sie nicht ausgeführt, das heißt, die Gesamtheit der Gemeinschaft erfüllt sie nicht in einem ausreichenden Ausmaß, so lastet die Schuld auf die Gesamtheit der Gemeinschaft. Und daher ist jemand, der die Gemeinschaft sozusagen entlastet, hervorragender als jemand, der nur eine individuelle Pflicht erfüllt, die sowieso nur ihn selbst betrifft. Meistens sind die kollektiven Pflichten sowieso Handlungen, die das allgemeine Wohl betreffen, die das Wohl der Allgemeinheit betreffen. Während individuelle Pflichten meistens nur das Wohl einer Person selbst betrifft und auch meistens nur das jenseitige Wohl, wie die Pflichtgebete. Beispielsweise das Bestatten eines Toten ist eine kollektive Pflicht. Es betrifft nämlich das Wohl der Gemeinschaft oder anderer Personen oder das Unterrichten vom Wissen. Das betrifft das Wohl der Gemeinschaft, nicht deiner selbst. Das Ausrufen des Adan ist eine kollektive Pflicht. Es betrifft die Gemeinschaft. Also wir sehen, die meisten kollektiven Pflichten sind gemeinschaftlicher Natur, während individuelle Pflichten individuelle Personen betreffen. Wie das Hajj zum Beispiel. Das Hajj ist nur eine Sache für dich. Muss aber nicht immer sein. Das Fasten ist eine individuelle Pflicht, betrifft nur dich selbst. Die Sakka ist auch eine individuelle Pflicht, aber sie betrifft auch die Gemeinschaft. Also es ist nicht immer so, aber meistens. Die Sakka ist auch eine individuelle Pflicht.